verzicht auf die versicherungsfreiheit bei der regel altersrente warum wird von meinem gehalt der rentenbeitrag noch abgeführt mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de ich bin 66 jahre alt vollrentner arbeite jetzt wieder bei meinem arbeitgeber für circa 100 stunden im monat ich habe gegenüber meinem arbeitgeber eine erklärung zum zum verzicht auf die rentenversicherungsfreiheit bei bezug einer vollrente wegen alters nach paragraf 5 absatz 4 sozialgesetzbuch nummero 6 unterschrieben heute habe ich meine erste gehaltsabrechnung erhalten und war erstaunt dass ich trotz der verzichtserklärung einen rentenversicherungsbeitrag zahlen muss das ist ganz einfach sie sind weiter rentenversicherungspflichtig beschäftigt ich vermute das wollten sie so gar nicht weil sie eine verzichtserklärung abgegeben haben das problem ist aber dass ihre verzichtserklärung sich auf dem verzicht zur versicherungsfreiheit bezieht somit also der tatbestand der versicherungspflicht in der gesetzlichen rentenversicherung weiter fortbesteht ab erreichen der regel altersgrenze werden sie automatisch in der gesetzlichen rentenversicherung versicherungsfrei so ist es die gesetzliche regel außer sie erklären den verzicht auf die versicherungsfreiheit schriftlich gegenüber dem arbeitgeber wenn sie dort weiterarbeiten oder zum beispiel ein neues arbeitsverhältnis beim arbeitgeber beginnen und sie die regel altersgrenze erreicht haben hätten sie keinen verzicht ausgeübt dann wäre die versicherungsfreiheit automatisch am ende des monats eingetreten indem sie ihr lebensalter für die regel altersgrenze erreicht haben sie hätten eigentlich gar nichts machen brauchen ein trost gibt es aber für sie der verzicht wirkt nur so lange solange ihr beschäftigungsverhältnis bei dem gleichen arbeitgeber besteht sie können die verzichtserklärung dadurch unwirksam machen dass sie ihrem arbeitgeber kündigen zwei monate warten und dann ein folgearbeitsverhältnis beim gleichen arbeitgeber wieder eingehen dann gilt der verzicht auf die rentenversicherungsfreiheit beim ersten arbeitsverhältnis nicht mehr für das neue folgearbeitsverhältnis ich empfehle aber in solchen schritten die beratung durch die deutsche rentenversicherung oder durch einen versierten fachanwalt für sozialrecht endet das endet dieses beschäftigungsverhältnis endet auch der durch ihnen erklärte verzicht ein vorteil das möchte ich nicht verhehlen kann ihre rentenversicherungspflicht aber trotzdem für sie haben ihr rentenkonto ihrem rentenkonto werden weiterhin entgeltpunkte gutgeschrieben und sie können für zwölf monate zusätzliche entgeltpunkte auch noch sechs prozent zuschläge an höhere rente bekommen näheres zu diesem thema finden sie auf www.rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel